Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Das war's für heute. Sie können ihre Finger nicht vom Feuer lassen, hm? Aber diesmal verbrennen sie die Hände. You're that fucking American, aren't you? Who killed my hunter Rudy? I must say you're stubborn. What have we here? Oh, Fortuna, so strange and unpredictable. I could just... I feel like I'm a child again, digging for the treasures in the woods. This moment will put me in the history books amongst the greatest. You'll always be just another Nazi. Sehen Sie, Schreiner. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher kohärenten Kacker. Hier, sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na, bitte. Sind Sie sicher, dass das richtig ist, Träger? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich in Symbolen. Sie werden gleich in Symbolen hier. Ah! Ah! Was ist das? Ah! Gott... Oh Gott, ihr weiß, Gott, Ihr três! Fürst du Dag! Ah, hallo. Du bist also König Ottos Kleines Geheimnis, was? Aha, das ist schon gesagt, du bist... Keine Ahnung, es ist jetzt da. Und ich habe lecker, lecker Fleisch wirklich mitgebracht. Ja, American Flash. Gaggenhöhe. Gaggenhöhe. Na bitte. Sehen Sie, Schreiner. Sehen Sie. So beherrscht man einen Monster. Ha, wollen Sie es auch mal versuchen? Ich stehe, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna Bicke! Meine Güte! Anna Bicke! Anna Bicke! Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH